Der Roveldo Schweißautomat von Rottler und Rüdiger ist ideal für die hochindustrialisierte Produktion. In Verbindung mit einem vollautomatischen Magazin für den Profilwechsel und einem Romelo Sägeautomat werden große Stückzahlen und eine hochwertige Optik möglich. Das Magazin kann 5000 Meter Abstandhalter aufnehmen. Das heißt umgerechnet, dass ich im Idealfall zwei Schichten mit einer Befüllung des Magazins produzieren kann, dass ich keine Unterbrechungen der Produktion für den Befüllungsprozess vornehmen muss und hiermit wiederum eine sehr hohe Produktivität erzielen kann. Im Programm wird das Profil mit den gewünschten Abmessungen ausgewählt. Das Magazin führt das Profil automatisch in den Romelo Automaten ein. Zunächst werden die Profile endlos verschweißt. Damit wird verhindert, dass der Molekularsieb im schlechtesten Fall im Scheibenzwischenraum austritt. Die Längsverschweißung ermöglicht auch eine maximale Materialausnutzung. Wir sprechen in der Regel von zwei bis drei Prozent Verschnitt auf die gefertigten Profile. In der Romelo können die Abstandhalter auch bedruckt werden. Da habe ich die Möglichkeit einen In-Shit-Drucker oder einen Laser-Drucker einzusetzen. Die Abstandhalter werden an den Enden auf 45 Grad gefräst. Ein Applikator steckt die Eckwinkel automatisch ein. Im Roveldo Schweißroboter, hier mit Speed-Up-Kit für Zykluszeiten unter 25 Sekunden, werden die Rahmenecken mit der Ultraschalltechnik verschweißt. Der Schweißprozess von zwei Ecken findet parallel statt. Im Vergleich zur Standardausführung, wo ich Ecke für Ecke hintereinander verschweiße. Dadurch erreiche ich eigentlich den Großteil der Zeiteinsparung im Fertigungsprozess. Welche Änderungen waren dazu nötig? Wir haben die ursprüngliche Ausstattung mit zwei Generatoren und weitere zwei Generatoren ergänzt. Dann kann ich eine Fertigungszeit von kleiner 25 Sekunden pro Rahmen erreichen. In der Standardausführung beträgt die Zykluszeit circa 30 Sekunden. Der Parallelbetrieb beider Ausführungen veranschaulicht die Zeitersparnis beim Schweißen. Darüber hinaus erhält man eine wiederholbare, sehr hohe Qualität, eine sichere, geschweißte Verbindung und Rahmen mit sauberen, scharfen 90-Grad-Ecken. Malohe Geschenk Untertitelung des ZDF, 2020